Wir haben sieben Tage lang für den Politikwechsel gekämpft. Ich trage jetzt hier extra schon die Brille, weil die Augenringe unter den Augen sind eigentlich kaum noch erträglich. Aber ich glaube, es hat sich gelohnt, dass wir gekämpft haben. Und es lohnt sich auch heute nochmal, bis zum Schluss, bis um 18 Uhr, den Leuten zu sagen, dass sie wählen gehen sollen, verdammt nochmal, und dass sie die politische Alternative, die SPD-Wählen, wählen sollen. Es kommt auf jede Stimme an. Nur dann, wenn wir eine hohe Wahlbeteiligung haben, wird es uns gelingen, die schlechteste aller Bundesregierung abzulösen. Ich bin mir sicher, dass uns das gelingt. Also lasst uns nochmal anpacken bis 18 Uhr und dann eine fette Party feiern.